Hallöchen, Leute, abends, abends auch machen wir einen richtig wunderschönen, super geilen Charity-Stream für die Hamsterhilfe Nordrhein-Westfalen. Jawohl, und zwar machen wir einen Never-Ending-Hype-Train. Ja, das funktioniert so ähnlich wie eine Never-Ending-Challenge, die haben wir ja schon mal gemacht. Nur, dass so ein Hype-Train einfach auch noch ein bisschen cooler ist. Da gibt es verschiedene Challenges, die ich dann machen muss. Und ja, ihr haltet den Stream währenddessen am Laufen. Und alle Spenden, die an diesem Abend eben zutage kommen, gehen direkt an die Hamsterhilfe Nordrhein-Westfalen. Ist das nicht schön? Das ist doch für alle was dabei. Wir haben einen guten Stream, wir haben eine gute Stimmung, dann haben wir ein Charity-Event dabei. Und ach, das ist ja eigentlich alles das Beste, ne? Besser geht eigentlich nicht. Versucht doch mal was Besseres zu machen. Geht nicht. Samstag, Leute. Ab 12 Uhr mittags geht's los. Ich freue mich auf euch. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020